Musik Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausel. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Mir reicht's. Ich bin hier auf die Seychellen geflogen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich brauche Sonne, ich brauche Wasser, ich brauche Strand, ich brauche die tropischen Palmen hier in Deutschland. Es geht nicht mehr. Ich bin abgehauen. Nein, bin ich nicht. Das ist nur ein schöner Traum. Ich bin immer noch da, wäre aber zumindest manchmal gerne auf einer so schönen Insel wie hier, unbeschwert mit blauem Himmel, mit Wolken darüber, mit Palmen, mit kristallklarem Wasser. Wie schön. Und könnte all das vergessen, was momentan so auf uns eindringt. Beschränkungen, Kontaktverbote, Masken, in der Kirche nicht singen können, eben nicht unbedingt in Urlaub fahren zu können. Aber so ist es nicht, sondern ich bin hier, da wo ich bin, in Klauseln und bin natürlich auch dennoch immer gerne da. Aber ich hoffe doch, dass man irgendwann mal wieder davon träumen kann, reell an Orten wie diese zu reisen. Damit, ja, unserer Hoffnung auch wirklich Raum gegeben wird, damit unsere Hoffnung Wirklichkeit wird und dass sie eben nicht nur eine Utopie ist, ein Tagtraum, sondern eine Hoffnung mit einer reellen Aussicht auf Erfüllung. Wir sind in der Fastenzeit. Wir bereiten uns auf Ostern vor. Und auch Ostern mag für manche wie eine Utopie, wie ein Tagtraum klingen, dass da einer von den Toten auferstanden ist und dass wir die Hoffnung haben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass in Jesus das Leben triumphiert. Für mich ist das kein Tagtraum, keine leere Hoffnung oder etwas, was nicht in Erfüllung geht, sondern es ist eine Hoffnung mit dem Denken und dem Bewusstsein, dass es Wirklichkeit ist, dass das Leben wirklich triumphiert hat und dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass ich mit Jesus einmal auch auferstehen werde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.